Kreuzbandriss Im Knie gibt es, viele, Strukturen, die bei einem Unfall verletzt werden können, inneres und äußeres Seitenband, Meniskus, Kreuzband und Gelenksknorpel. Die verschiedenen Verletzungsmöglichkeiten können nicht nur isoliert, sondern auch in Kombination auftreten. Das Bild zeigt den unteren Teil des Beines vom Knie abwärts. Die Pfeile deuten auf das vordere und das hintere Kreuzband. Kreuzbandläsionenverletzungen Im Knie gibt es zwei Kreuzbinder. Diese sichern zusammen mit den Meniski, Seitenbändern und Muskeln die Stabilität im Knie. Die Kreuzbänder sind der zentrale Pfeiler des Kniegelenkes. Wenn das vordere Kreuzband gerissen ist, wird das Knie instabil, sodass der Schienbeinkopf im Verhältnis zum Oberschenkelknochen nach vorne rutschen kann, vorderes Schubladenphänomen. Diese Schäden treten bei Verrenkungsbewegungen auf. Ist das hintere Kreuzband gerissen, gleitet das Schienbein im Verhältnis zum Oberschenkelknochen mehr nach hinten. Doch diese Verletzung ist viel seltener als ein vordere Kreuzbandriss. Während die vordere Kreuzbandläsion oft durch Sportverletzungen hervorgerufen wird, bedarf es größerer Kraft, das hintere Kreuzband zu zerreißen. Dies kann zum Beispiel im Rahmen eines Verkehrsunfalls geschehen. Deshalb sollen im Folgenden die vorderen Kreuzbandläsionen besprochen werden. Vordere Kreuzbandläsionen Das Bild zeigt das Knie von vorne. Die Pfeile zeigen auf das vordere und das hintere Kreuzband. Die Läsion des vorderen Kreuzbands entsteht meist beim Sport, wenn der Unterschenkel im Verhältnis zum Oberschenkelknochen fest steht. Das ist zum Beispiel beim Handball der Fall, wenn ein Spieler während des Laufens auf einem Bein landet und gleichzeitig gestoßen wird. Dadurch nämlich kippt der Oberkörper nach vorne, während der Unterschenkel fest am Boden fixiert bleibt. Was sind die Symptome bei einem vorderen Kreuzbandschaden? Oft wird man einen Schnalze im Knie bemerken können, der mit Schmerzen verbunden ist. Das Knie schwillt wegen der Zerreißung des Kreuzbandes und nach folgender Blutung an. Die folgenden Tage oder Wochen sind mit Schmerzen verbunden, jedoch nur dann, wenn das Knie beansprucht wird. Später hat der Betroffene das Gefühl, das Bein nicht unter Kontrolle zu haben, und Sicherheitsgefühl. Dies ist nicht nur sehr belastend. Es kann auch andere Läsionen nach sich ziehen, etwa einen Meniske-Schaden. Was kann ich selbst tun, wenn der Schaden gerade entstanden ist? Halten Sie das Bein ruhig und kühlen Sie das Knie. Danach muss das Bein vom Arzt untersucht werden. Was macht der Arzt? In der akuten Phase untersucht der Arzt eventuelle Läsionen im Knie. Möglicherweise verhindert die anfängliche Schwellung des Knies die Untersuchung. In diesem Falle wird das Knie mit einer Schiene versorgt. Nach etwa 10 Tagen kann der Arzt erneut versuchen, die Untersuchung durchzuführen. Zudem kann eine MRT-Untersuchung durchgeführt werden, mit welcher ein Kreuzbandriss diagnostiziert werden kann. Einige Patienten erfahren bei einer Kniegelenksarthroskopie, Kniegelenksspiegelung, dass ihr vorderes Kreuzband nur teilweise eingerissen ist. Im Hinblick auf die Funktion des Knies kann das einem kompletten Riss gleich kommen. Wenn es sich nur um eine Läsion des vorderen Kreuzbandes handelt, gibt es keinen Grund, schnell eine Arztroskopie durchzuführen. Zum einen, weil die Kreuzbandrekonstruktion, neues Kreuzband, in der Frühphase nach Abriss oft schlechte Resultate mit Verwachsungen im Knie und einer verminderten Beweglichkeit zur Folge hat. Zum anderen, weil der Schaden bei einigen Menschen so wenig Probleme verursacht, dass bereits Rehabilitationsmaßnahmen eine Heilung erzielen. Für eine Operation, die die Kreuzbandwiederherstellung bezweckt, wird ein Teil einer anderen Sehne als Kreuzbandersatz verwendet. Die gesamte Operation erfolgt arthroskopisch mit drei kleinen Hautschnitten. In der Regel kann der Patient das Gelenk nach drei bis vier Wochen wieder voll belasten.